Morgenpück und Wollastern Ich liebe es, Christian Morgenstern war ein fervoröser Admirator der Linguauxiliar Wollapück. Ich bin aus dem Tempel der Schule Likryon-Prope Wollapück. Ich habe irgendwo gelesen, dass Christian Morgenstern ein leidenschaftlicher Fan der Hilfssprache Wollapück war und dass er in der Schule sogar ein eigenes Wollapück entwickelt hatte. Leider weiß keiner, wie das ging und als ich ihn das letzte Mal im Café traf und fragte, ob er je Poesie in Wollapück verfasst hat, wollte er sich nicht dazu äußern. Maybe we had drunk too much. Vielleicht hatten wir zu viel getrunken. Es gab Tausende Projekte für künstliche Sprache und man hörte nie auf sie zu produzieren. Viele wurden kreiert, um die Linguä franca der Welt zu sein. Viele wurden kreiert, um die Linguä franca der Welt zu sein. Andere wurden für Bücher erfunden, wie die Sprachen des J.R.R. Tolkien für die Länder in seinem Heer der Ringe. Andere wiederum einfach zum Spaß. Die erste rekonstruierte Teil, das berühmte Wort H war Solre Sol. Das nach Beginn fand die Nierentinde EU durch die Franzmann, François-Südre Rescapis. Die erste konstruierte Sprache, die einen gewissen Ruhm erlangte, war in der Mitte des 19. Jahrhunderts, das vom Franzosen François-Südre kreierte Solre Sol. Eine sehr musikalische Sprache. Jedes Wort eine Kombination aus zwei, drei oder vier Noten. Und diese Sprache konnte man sprechen, singen, pfeifen, mit einem Instrument bespielen, als Buchstaben schreiben oder als Noten. Sie erreichte für eine kurze Zeit eine hohe Popularität, aber es war keine leichte Sprache. Erstens musste man ein absolutes Gehör haben. Pas déjà aucune ressemblance avec Jean-Ling qui existit déjà. Und dann gab es keinerlei Ähnlichkeiten mit einer existierenden Sprache. So mussten die Wörter einfach erfunden und auswendig gelernt werden aus dem Nichts. Das Thema fiel bald in Vergessenheit bis Ende des 19. Jahrhunderts, der Konstanzer Pfarrer Johann Martin Schleyer ins Spiel kam. Er nannte sein Projekt Volapük. Und wenn man weiß, was Weltsprache bedeutet, vom englischen World Speak, hat man schon eine erste Ahnung, wie Schleyer die Wörter bis zur Unkenntlichkeit verformte. Aufgrund der Wörter-Wörter-Wörter ist, dass die Wörter-Wörter-Wörter sind. Von dem Linguischen Standpunkt her war Schleyer ein Halloddrieg. Ok. Por un lado, Volapük ist gut organisiert und metodisch. Prepositions, conjuncts, etc. kann es in jedem Form. Mas palabras con contenidos sind, sie sind grundsätzlich da. O.s. ist, Grün ist die Verdez. Para que la palabra se vuelva un adjetivo, necesita la sufijo IC, grünic. Okay, einerseits ist Volapük sehr ordentlich und methodisch. Präpositionen, Konjunktionen und so weiter dürfen jede Form haben, aber Inhaltswörter sind Substantive. Das heißt, grün ist die Grünheit und damit es zum Adjektiv wird, braucht es die Adjektiv NOIC. Grün-NIC. DUN. Geta ucinaki, kaps rabiz jago djeja slovem, nantreba spalücits jago, napriklad, dunen, rabiz, o dunom, jonrobiz. DUN ist das DUN und damit es zum Verb wird, muss es konjugiert werden. Zum Beispiel DUNÖN, tun oder DUNOM, er tut. In der Regel haben diese Wörter drei Buchstaben, Konsonant, Vokal, Konsonant. Manchmal kommen auch zwei Konsonanten vor oder nach dem Vokal, aber eher ungern. Aus einem Staat wird ein Tat, aus einem System wird ein SIT. Das ist ein bisschen wie zu versuchen aus dem chaotischen Stuttgart, einer Stadt, die wegen ihrer Topografie kaum parallele Straße hat, dafür wahrscheinlich die meisten Sackgassen der Welt, ein ordentliches Brasilien zu machen. Das geht nur mit brachialer Gewalt. Manche Grundwörter müssen doch länger sein, wie Phonet für Phonetik oder Grammat für Grammatik. Und die werden ins Schema Konsonant, Vokal, Konsonant, Vokal, Konsonant gepresst. Also, Attac für Attac geht nicht. Und Tac war vermutlich besetzt, also nahm er Tatac als Grundform. Oder Chewot. Nicht zu erkennen, aber wenn man weiß, dass es für Pferd steht und J auch ausgesprochen werden kann, wird klar, dass es vom Franzian Chewot kommt. Also, Chewot. Da er aber noch einen Konsonanten am Ende gebraucht hat, hat er diesmal kein L genommen, was er gerne tat, sondern ein D. Chewot. Elogob, Chewotis, Vietic. Das E von Elogob steht für Perfekt, Vergangenheit. Lo kommt vom latinischen Oculus und heißt Auge. Daraus macht man ein Verb Augen, also Sehen. Und die Endung Ob steht für Ich. Chewotis. Chewotis, das Pferd. I steht für den Akkusativ, S für den Plural. Vietic heißt Weiß, also steht Elogob, Chewotis, Vietic für Ich sah die weißen Pferde. Artikel gibt es in Volapük keine, dafür Deklinationen. Volapük ist praktisch die deutsche unter den Hilfssprachen. Die unendliche Menge an Prefixen und Zufixen um die 300 macht die Sprache sozusagen zu einem Superdeutsch, auch wenn die Grammatik natürlich einfacher ist. Algunes paraules sind definitivamente comprensibles für jemanden, für jemanden, eine Deutsch-Germanisch. Comara Buk ist Tool, Abnome ist, Reconhezzeu, Moltes Paräules, desprez de haber appreßt ihr Seu significat. Mot ist la Mar. Fat ist el Par. Chill, la Nen. Nat la Natura. Bat l'Aigua. Ziv, la Ciutat. Del Yatisivitas. Sur la Germana. Reconhezzeuble, quand parlez Francais. Blot de la Germana. Manche Wörter sind durchaus verständlich für jemand, der eine germanische Sprache spricht, wie Buck und Stuhl. Viele Wörter sind im Nachhinein zu erkennen, also nachdem man erfahren hat, was das Wort bedeutet. Mot ist die Mutter. Vater, Vater. Chill, das Kind. Nat, die Natur. Wad, das Wasser. Ziv, die Stadt. Vom latinischen Civitas. Sur, die Schwester. Erkennbar, wenn man Franzisch spricht. Blot, der Bruder. Comasin, Blot. Wieso Blot? Ja, weil die Chinesen so schlecht das R prononcieren kann. Eigentlich stimmt das gar nicht so richtig. Ist aber eine andere Story. Hat Schleyer die meisten erst zu L gemacht. Dass die Japaner wiederum Probleme haben, das L auszusprechen, wusste er wohl nicht. Und wenn man alle Laute meiden würde, mit denen bestimmte Völker Probleme haben, wäre nicht viel übrig geblieben. Aber es geht ja weiter mit dem L. Die Zahlen von 1 bis 9 enden alle mit L. Die Vokale sind lafabetisch geordnet. A, E, E, I, O, U für 1 bis 5. Damit Umlaut weiter, wobei ein Umlaut fehlte, wofür er wieder das E nahm. E, E, Ö, Ü. Und was denkt man, wenn man das Wort Tal sieht? Höchstens am deutschen Tal. Der Engländer an Tal, groß, hoch, aber weit verfehlt. Das ist das Wort für Erde aus dem latinischen Terra, beziehungsweise Francia Terre. Vermutlich nahm er A, Tal, weil Tel schon durch das Wort für 2 besetzt war, also Tal. Das Wort für Tag hätte meiner Meinung nach Tag sein können. Das war aber vermutlich schon besetzt für dunkel. Und Dec von Day war vermutlich schon besetzt für die Zahl 10, also Del. Auch das H ersetzte er oft durch L. Labön ist haben. Lat von Hart ist das Wort für Herz. Yes, Schleier lofet L. Ja, Schleier liebte das L. Wie kann man das Wort Dölz auf Anhieb verstehen? Und wer könnte schon das Wort Dölz auf Anhieb verstehen? La logica der Volapük ist simpler. Idee ne puede mantener la I initial, porque la palabra tiene que comence con consonante. Die Volapük-Logik ist simple. Idee kann das I nicht behalten, weil das Wort mit Konsonant anfangen muss, also D. Das geht aber auch nicht, weil es mit Konsonant enden muss, also ganz logisch L, Del. Nur Del war vermutlich schon durch das Wort für Tag besetzt. Und da er das Ö noch fast mehr liebte als das L, wurde das Wort zu Dölz. Und in Pluralideen heißt es selbstverständlich Dölz. Oder wer würde beim Wort Lille auf das deutsche Wort Ohr kommen? Nein, ich jedenfalls nicht. Das hat aber auch seine Volapük-Logik. Englisch Ir wird erstmal zu Ir mit Ir und wegen der L-Liebe zu Il. Aber es fehlt noch ein Konsonant am Anfang und in der Regel ist das auch ein L. Lil. Und die Rose? Ja. Los als Stammwort geht genauso wenig, weil kein Stammwort offensichtlich mit S enden darf, da es schon für den Plural steht. Also wird auch da ein Buchstabe durch L ersetzt. Das Wort für Rose ist LOL. LOL. Kein froh, Schleier muss um Lüt, etch de Sprach wurde to Pük von Angler Speak. Keine Frage, Schleier liebte um Laute. Sogar die Sprache wurde zu Pük von Englischen Speak. Solo un Alemán, un Svege o Turco podría tener esa idea a futilizar um Lautes in una konstruida Lingua. Auf so eine Idee, um Laute in einer Hilfsprache einzubauen, könnte nur ein Deutsch oder Svege oder Türke kommen. Nicht sehr praktisch für eine internationale Sprache, wenn man bedenkt, dass die meisten Sprachen weder solche Laute noch solche Schriftzeichen kennen. Klar, das E können die meisten aussprechen, aber viele können nicht zwischen geschlossenen E-Stellen und offenen E-Stellen unterscheiden. Vor allem, wenn sie die gleiche Länge haben. Volapük hat prefixen und sufixen für Tio. Por exemplo, Rho für animais castrata. Gokk ist eine Galin, Rho, Gokk ist ein Kapau. Volapük hat prefixen und sufixen für alles, zum Beispiel Rho für castrerte Tiere. Gokk ist ein Huhn, Ho-Gokk ist ein Kapaun. Es gibt das Suffix für Mega-Inseln und es gibt das Suffix für Mini-Inseln, da heißt es UN, also sind Fiji-Uans die Fiji-Inseln, Hava-Uans die Hava-Inseln. One can even say Puri-Dul, instead of us in English being have read in the future. Fantastic. Man kann sogar Puri-Dul sagen, statt wie im Deutschen künftig gelesen worden sein. Toll. Morgenstern und ich haben einige Unterschiede. Zum Exempel war er ein Dichter, während ich eher ein Undichter bin. But we have with a few things in common. Hier, er hat Nose, ich mehr. Hier, er hat zu Fad, sometimes, ich mehr. Aber wir haben mehrere Sachen gemeinsam. Er hatte eine Nase, ich auch. Er musste manchmal furzen, ich auch. Und er erfand als Schüler eine Sprache, ich auch. Mein Name ist Dahl und ich habe ein paar Dinge in common mit Schleier. Die Liebe für die Umlaute, obwohl meine Muttersprache portugiesisch ist, die kein Umlaut hat. Für kurze Wörter, auch ich könnte die Psychologie einfach sick oder psych nennen. Die Wörter aus den verschiedenen Sprachen wurden nach der Kürze und nach meinem Geschmack gewählt. Für mich, wie für ihn, war die Struktur, der Klang wichtig, nicht die Lesbarkeit der Wörter. Auf die Idee, Fälle einzubauen wie Volapük bin ich aber dann doch nicht gekommen. Nesse Texto, as três primeiras frases de cada parágrafo haben ações das línguas que eu descrevo em este Texto. Uma na língua X, que vai evoluindo em direcção de Volapük, vermelho. Outra na língua Y, que vai em direcção a Ferberanto, verde. In diesem Text haben die drei ersten Sätze von jedem Absatz Versionen von den drei Sprachen, die ich in diesem Text erkläre. Ein Satz ist auf Sprache X, die Richtung Volapük geht, in Rot. Ein zweiter Satz auf Sprache Y, die Richtung Esperanto geht, Grün. Ein dritter auf Sprache Z, die Richtung Europix geht, Blau. Nach jedem Satz folgt eine deute Übersetzung, zuerst auf Wunschdeutsch, später auf Ultradeutsch. Das sind Kreationen der Mia. Außer es ist so leicht zu verstehen wie in diesem Satz. The línguas are easy to recognize. If it has Umlauts, que you don't expect them, que lots of L, it is going to Volapük. Die Sprachen sind leicht zu erkennen. Wenn es volle Umlaute ist, wo man sie nicht erwartet, und viele L's, ist es Volapük. Hat es vielleicht A, O oder J am Ende, ist es Esperanto. Sonst ist es Europix. De toute façon, quelqu'un plus tard, L'ophthalmologiste Ludwig Samenhoff, de Biaustock, Polonia, a presenté au public sa Grammar auf Esperanto, san aprilanta et Esperanto a enlevé Volapük du tron de lingua franca artificiale. Jedenfalls veröffentlichte ein paar Jahre später der Augenarzt Ludwig Samenhoff aus Biaustock, Polen, seine Esperanto-Grammatik und bald wurde dem Volapük die Show gestohlen. Viele Volapükisten überträden tout Esperanto. Viele Volapükisten überträden zum Esperanto. Der erste Schilder der Sprache war viel mehr ähnlich wie Volapük, zum Beispiel die Sprache-Biaust-Biaust-Biaust-Biaust. Aber dann hat er sich auch, dass viele Leute kritischte Volapük, Der erste Entwurf seiner Sprache ähnelte vielmehr Volapük. Zum Beispiel war das Wort für leicht, nicht schwierig, faller. Bald aber merkte Samenhof wohl, dass viele Menschen Volapük gerade wegen der Unkenntlichkeit der Wörter kritisierten und beließ es doch bei Fazila, dass jeder Sprecher eine romanische Sprache sofort erkennt. Samenhof nannte seine Sprache erstmal International Lingua, da er sich aber selber Doctor Esperanto nannte, Doctor der Hoffende, nannte man auch seine Sprache so. Esperanto hatte einerseits die Sonderzeichen nicht abgeschafft, sondern deren Zahl sogar erhöht. Andererseits hatte es nur ein einfaches Akkusativ mit N und der große Vorteil war, die Wörter waren deutlich leichter zu erkennen. Man konnte damit rechnen, dass ein Wort wie Struktur auf Esperanto Structuro war, die Substantive enden auf O. In Volapük könnte man höchstens auf sowas wie Stuck oder Tuck setzen, aber es kommt am Ende noch viel seltsamer daher, wie Not. Außerdem hatte Schleyer entschieden, dass nur der Cifal, der große Chef, also er, über neue Wörter und eventuelle Änderungen entscheiden durfte, was nicht besonders demokratisch war. Manich wenig von Volapük begeistert wären Säcker Lafrancine. Sehr wenig von Volapük angetan müssten die Französinnen gewesen sein. La palabra para madame, wenn auf el englische lady, es ist led. Das Wort für Dame, Frau, wenn man das Wort an sie richtet, kommt vom englischen lady und ist led. Beinahe französisch, orec, led i tsucia, essa nahi du. Das heißt aber in Franzian, die hässliche. Ou seja, led Diana, sona pro la franzai ou vidu, como affé Diana. Also klingt led Diana für Franzian Ohren wie die hässliche Diana. Jede Frau ist sozusagen hässlich. Apropos, Johann Martin Schleyer war el Urgroßonkel de Hans Martin Schleyer. La Managuerque hader Jahrhundert später ein unangenehme Begegnung mit der RAF. Anyway, der Speranta-Movement spread quickly love the world. Jedenfalls hat sich die Speranto-Bewegung rapide über die Welt ausgebreitet. Die était aussi un teint très favorable pour die. La Franzas descendait de la pedestal de la lingua franca de la monde, la anglas montait, mais ne avait pas encore arrivé, car la doule lingue sans se rencontrer un chemin. Es war auch eine sehr günstige Zeit dafür. Franzian kam gerade aus dem Podest der lingua franca der Welt runter. English war noch nicht ganz oben angekommen. Die beiden Sprachen trafen sich sozusagen zu der Gelegenheit. So wussten viele nicht mehr, was sie als zweite Sprache lernen sollten. Da kam Speranto als neutrale Sprache ideal daher. La situation verroirte draste naï la erste world-orloch. La Europa e landoi viene ob la grün, kai la FS viene für vei la gruzte nation della world wurden. Die Lage änderte sich nach dem Ersten Weltkrieg drastisch. Les europano Länder waren am Boden und USA waren mit Abstand zur größten Nation der Welt aufgestiegen. Und das Rennen um die lingua franca war gelaufen. English hatte gewonnen. So Sperant verlor immer mehr den Nemo Sieg. So verlor Speranto immer mehr an Kraft. Anfang der 30er Jahre wurde Volapük ein bisschen vom Holländer Arie de Jong reformiert. Manche R's durften wieder R sein und das Wort Pükön für Sprechen wurde durch das Wort Spükön ersetzt. Die neue Version war das Volapük Nulik, das neue Volapük, während sich das alte Volapük Rigig nennt, das Originale. Es gab ein kurzes Aufbäumen der Bewegung, das war aber eher das letzte Zucken des Fisches außerhalb des Wassers. Heutzutage sprechen nur noch wenige Leute Volapük und die Menschen, die das tun, tun es eher als Hobby. Es gibt sogar eine Volapük-Gruppe auf Facebook, da kann man sich sogar mit dem Cifal, dem großen Chef der Volapük-Bewegung, Hermann Phillips, unterhalten. Auf Deutsch oder auf Volapük. Esperanto hat ein paar Problemen, mit denen die größte Kritik nicht agree ist. 1. Die sehr speziellen Symbolen. 2. Die Akkusierung. 3. Das machte, dass die Formen derrigen von der Masculine. Esperanto weist einige Probleme auf, auf die sich die meisten Kritiker einig sind. 1. Die vielen Sonderzeichen. 2. Den Akkusativ. 3. Die Tatsache, dass die weiblichen Formen derivate von den männlichen sind. So, 4. Der Vater ist der Vater, injustice zu machen. 4. Der Vater ist der Vater zu werden. 4. Der Vater ist der Vater für die Mutter. Und nicht wenige kritisieren die vielen unkenntlichen Komposita, wie zum Beispiel Malsanuleu. Hat man sich schwer verletzt und sucht nach einem Spital, wird man kaum auf den Gedanken kommen, dass sich das Gebäude hinter dem Schild Malsanuleu verbirgt. Das kommt so. Saner heißt gesund, Malsaner heißt krank, Malsanulo, kranker Mensch, Malsanuleu, Platz für kranke Menschen. Aber Esperanto ist eine lebendige Sprache und inzwischen gab es eine Evolution. Man darf auch Hospitalo sagen. Und die Sonderzeichen können inzwischen durch ein H oder ein X nach dem Konsonant, wo das Hütchen drauf käme, ersetzt werden. Also statt Shanji, wechseln, tauschen, kann man auch Shanji oder Shanji schreiben. Theoretisch wäre Shanji besser, da sonst kein X im Esperanto existiert. Aber das H sieht deutlich weniger befremdlich aus, wie zum Beispiel Xi statt Xi, für sie die Frau, oder eben Shanji statt Shanji. Sie haben immer wieder versucht, die von Louis de Couturin und Louis de Beaufort, die von 1916 in der Delegation für die Adoption auf eine internationale Auxiliarlingua. Es gab immer wieder Versuche, die Sprache zu reformieren. Der wohl berühmteste Versuch war von Louis de Couturin und Louis de Beaufort, der 1917 in der Delegation für die Annahme einer internationalen Hilfsprache präsentiert wurde. Und dann wurde die Sprache zu verfolgen, die die Sprache zu verfolgen, die die Sprache zu verfolgen, Die neue Version schaffte die kritischen Zeichen ab. Der Akkusativ wurde nur noch in besonderen Fällen benutzt, also wenn der Satz nicht in der normalen Reihenfolge kommt und obwohl die Endung für das Femininum in weiter existierte, wurde auch eine Endung für das Männliche kreiert, ul. Frato ist ein Bruder oder eine Schwester, Fratino ist die Schwester, Fratullo der Bruder. Und die Sprache wurde weniger methodisch in der Wortbildung. Das Wort für klein war nicht mehr mal Granda, sowas wie ungroß, sondern Mikra. Krank ist nicht mehr Malsana, ungesund, sondern malader. Das ist natürlicher für die Sprecher von europäischen Sprachen, hat aber auch den Nachteil, dass man vor allem als Sprecher von einer nicht europäischen Sprache mehr Wörter lernen muss. Es gibt Jahrhunderte oder Tausende solcher Paare und bei Granda mal Granda muss man nur ein Grundwort lernen, bei Granda Micra 2. Und das Ganze tausendweise. Aller Vorteil der neue Version wäre, dass der Plural klangt mehr in der Natur, weil die congruenz nicht mehr nötig wäre. In Esperanto ist es echt mit Cevalo adat Per. La Pluralo es mit Ja durch Cevaloi. Keine Akkusativo finaggio, no, do la Fraso, mhm, do la Fraso, ich seh ich de Per, erhält in Esperanto mit Mi vidis la Cevaloin. Ein anderer Vorteil der neuen Sprache war, dass der Plural natürlicher klang und die Kongruenz nicht mehr nötig war. In Esperanto sagt man Cevalo zum Pferd. Die Mehrzahl ist mit J, also Cevaloi, und die Akkusativ endo mit N, also heißt der Satz Ich sah die weißen Pferde auf Esperanto, Mi vidis la Cevaloin. El Adjektivo, con A in el N, reserva también una Ja y una No como la Substantiv, o sea, ohne diese Mi vidis la blanca en Cevaloin. Das Adjektiv mit A am Ende bekommt auch ein J und ein N wie das Substantiv, also heißt es Mi vidis la blanca en Cevaloin. Ich sah die weißen Pferde. In der neuen Version wird das deutlich einfacher. Mi vidis la blanca en Cevaloin. One dies, oder zumindest Elidistes, die Sie, die Zamenhof nicht war gegen diese neue Version. El Esperantido, la filita für Esperanto, mal alucleo für Esperantistas era. Zamenhof selber soll gar nicht so gegen diese neue Version des Esperantido, also Esperanto Kind gewesen sein, wenigstens sagen das die Idisten, aber der Kern der Esperantisten war es. Vor allem, wie Esperantido, que el bald el abos nur nog nemi ido, einiges mehr geändert hat, que no fomé di sacerdict de Esperanto. Oum lern den ver no le lyco nen Mühe gegangen. Vor allem, weil Esperanto, das bald nur noch Ido hieß, einiges mehr geändert hat als nur die problematischen Eigenschaften von Esperanto. Ein Umlernen wäre nicht ganz ohne Mühe gegangen. Post Ido aperi stil many attemptoi de reformo mi Esperanto, seit every attempt de pliponigila linguan farigis niu lingua cai competitor por Esperanto. Nach Ido kamen noch viele Versuche, Esperanto zu reformieren, aber jeder Versuch, die Sprache besser zu machen, wurde zu einer neuen Sprache und zu einem Konkurrenten des Esperanto. Eine andere Sprache, die einen gewissen Ruhm erlangte, war Latino sine flexione, vom Italo Giuseppe Peano. Isto es, un latine sine declinaciones e coniugaciones, que plus tarde adoptava le nome interlingua. Das ist ein Latin ohne Deklinationen und Konjugationen, das später den Namen interlingua bekam. Blöderweise hat es eine etymologische Autographie, also PHs und unnütze Doppelkonsonanten wie in Kommunikation, von denen sich die meisten Sprachen in Europa schon längst verabschiedet haben. Für mich eine Todsünde in einer Hilfssprache, die Internationalität erreichen will. Und trotzdem, die Sprache ist in der Tat sehr leicht zu lesen, vorausgesetzt man kann eine Romanico-Sprache. Alle anderen, und das schließt die vielen Millionen ein, wenn nicht Milliarden, die Englisch aber keine Romanico-Sprache können, sie haben da keine Chance. La fixation a Romanico-Linguas was equalica Problem auf Esperanto. Die Fixierung auf die Romanico-Sprachen ist ebenfalls ein Problem des Esperanto. Wenn Esperanto nicht mehr als l'Italienisch, plus kritisch verabschiede für Esperanto, wie es der Falle franzig. Auch wenn Esperanto eher wie Italien klingt, ist der größte Wortliferant für Esperanto bei weitem das Franzian. Für plus all 100 Jahre ist es normal, dass man franzig spricht. Vor über 100 Jahren war es normal, dass man franzig sprach. Vor allem die Intellektuellen sprachen alle franzig. Das wird aber immer weniger normal und man spricht immer mehr Englisch und immer mehr Spanisch. Buchschmödeck mils Pepinons traduit in Esperanto e Danicos Pepinons in Esperanto als Vunteanga. Viele tausende Bücher wurden auf Esperanto übersetzt und nicht wenige wurden auf Esperanto als Originalsprache geschrieben. La lingua espertas con la interretos certan renaissanzon die Sprache erlebt mit dem Internet eine gewisse Renaissance, weil man nicht mehr einen Nachbarn braucht, der Esperanto spricht, um in der Sprache zu kommunizieren. Es ist sehr weit davon entfernt, mit großen Sprachen wie Englisch oder Deutsch zu konkurrieren, es hat aber immerhin mehr Wikipedia-Einträge als kleinere Sprachen wie Dänisch oder Bulgarski. Müdig kannst du die Kunst, dass wohl nur Neodon-Sperranti nüller bops, auch redi linglener pücchi e datus pli non facilic sei di co. Viele meinen, die Welt braucht kein Esperanto, da sie schon Englisch hat und das ist leicht genug. Sie haben eine Art von der Sprache über die einfachen Grammatik, aber die Sprache hat viele Sonne, die nicht in den vielen anderen Sprachen existieren. Sie sind viele, und alle Sprachen verpasst mit den Sonnen der eigenen Sprache. Den Eindruck bekommt man wegen der relativ einfachen Grammatik, aber die Aussprache hat fünf Laute, die es in den meisten Sprachen nicht gibt. Das ist eine ganze Menge. Und nicht Muttersprachler behelfen sich meistens mit Lauten, die sie in der eigenen Sprache haben. Das ist rar, die problemare pro la comprension, wie la most is is habitué co. BSE, Bad Simple English. Es wird selten problematisch für das Verständnis, weil die meisten Menschen, Muttersprache oder nicht, an BSE Bad Simple English gewohnt sind. Und dann hat Englisch eine Orthographie, die schon fast so logisch ist, wie die Chinano Schriftzeichen. Selbst muttersprachliche Professoren müssen ab und zu erkennen, dass sie ihr ganzes Leben gewisse Wörter falsch ausgesprochen haben. Und dann verschafft das den Muttersprachlern ein Halbvorteil, weil sie es immer besser können als die anderen. Last but not least, es gibt keine Garantie, dass es nicht irgendwann wieder einen Wechsel gibt. Wenn China in wenigen Jahren die USA überholt hat, könnten sich die Chinis fragen, ob sie wirklich die Sprache der Nummer 2 sprechen sollten, wenn sie mit dem Rest der Welt kommunizieren. Da das Chinano für Ausländer kaum mehr lernbar ist, könnten die Chinis doch auf die Idee kommen, Esperanto zu werden, um mit der Welt zu kommunizieren. Und da würden sicher viele mitziehen, um mit den Chinis zu kommunizieren und dann mit dem Rest der Welt. Inwieweit Morgenstellen sich mit Esperanto beschäftigte, ist nicht überliefert. Als Befürwörter einer internationalen Hilfsprache bin ich deutlich für Esperanto und gegen Volapük. Se ti el poeto mi preferus Volapük con. Aber als Poet wäre ich eher für Volapük. Irgendwie finde ich die Sprache bunter und exotischer. Und durch das stark Schematische ist es für den Rhythmus ein Paradies. Zum Reimen genauso. Man nehme ein L, dann nehme man ein Ö und sicher wird sich jede Menge Wörter finden, die Reimen. Bell, Bell, Bell. Die Liste ist lang. Lieben heißt Löffeln. Und Köl dürfte auch klar sein. Das ist die Farbe. Von Kulöl. Ich meine Kulör. Was heißt Englisch ardent, highly emotional auf Volapük? Verkückel. Nicht einmal die Finnen könnten es besser. Naja, vielleicht toppen sie es sogar mit einem Wort wie Verkückel leinen. Wenn... Wann su konli adjeki pro poedav kelfinosko ik? Bewan eno elabon adjeki kelfinosko ik? Sucht man für ein Gedicht ein Adjektiv, das mit ik endet, weil man gerade ein Adjektiv hatte, das mit ik endet? Nenio problemo. Ciu Adjektivo finijas per ik? Kein Problem. Alle Adjektive enden auf ik. Ressentle mi had no solo l'idee de reformele ortografie du linguas que mi sa, mas also l'idee de creata neolingua. Europix. Ich selber bin nicht nur auf den Gedanken gekommen, die Ortografien der Sprachen, die ich kenne, zu reformieren, sondern in den letzten Jahren auch auf die Idee, eine neue Hilfssprache zu schaffen. Europix. Pucat binom migut de pucs europic valic. Fui mi coi vu dis matematico. Diese Sprache ist ein Mix aus allen europäischen Sprachen. Die Wörter werden mathematische Mittel. Je internationaler das Wort ist, desto größer die Chancen, dass es aufgenommen wird. Die Kürze spielt auch eine Rolle, wenn auch nur eine Sekundäre. Jede Sprache hat ein bestimmtes Gewicht, je nach der Zahl der Sprecher in der ganzen Welt. Das Gewicht ist nicht richtig proportional. Das heißt, Englische hat das Gewicht 8, mal Tiano das Gewicht 1, obwohl Englische mehr als tausendmal mehr Sprecher hat. Naturalig, Europix hat su Prefixus e Sufixus, qui shall bi reconnaisable tu la maxim mega numero de personas as possible, ma lu construi no mega vocabularico luz as multihepulinguas fa. Europix hat natürlich seine Präfixe und Sufixe möglichst erkennbar für möglichst viele Leute, aber sie verzichtet größtenteils auf einen großen Wortschatzaufbau mit ihnen, wie so viele Hilfssprachen es tun. Sie verzichtet auch auf obligatorische Ähnungen für bestimmte grammatikalische Klassen. So heißt es weder Kaff, Kaffa, noch Kaffun, sondern Kaffee. Und dieses Wort ist sofort erkennbar. Unine diras Granda kai mal Granda, unine diras mega kai mini. Es heißt weder Granda für groß und mal Granda für klein, es heißt mega und mini. Auch nicht pli für mehr und mal pli für weniger, sondern plus e minus. Das ist ein Vorteil für die meisten Sprecher von europäischen Sprachen, für andere wiederum ein Nachteil, weil sie bei solchen Paaren zwei Wörter lernen müssen statt eins. Esperanto ist flexibler und das Lernen, wie man die Sprache verwendet, ist in Esperanto etwas leichter als in Europics, da man weniger Wörter lernen muss. Der Vorteil von Europics liegt bei der besseren Vermarktbarkeit, vor allem natürlich in Ländern, die europäische Sprachen sprechen. Man versteht viel schneller einen Satz als im Esperanto und viel schneller als in Volapic. Und das ist der erste Kontakt der Menschen mit der Sprache, das was man liest oder hört. Wenn man es einigermaßen lesen kann, ist man begeistert. Europics hat außerdem die Vokal-Konsonant-Harmonie. Die große Mehrheit der Wörter endet auf Vokal, aber dieser Vokal verschwindet, wenn danach kein Konsonant kommt. Die Vokal-Konsonant-Harmonie und die spezielle Konsonante haben in der Germanen sechs schnellste. So werden Vokal-Konsonanten-Verklumpungen, wie in Deutsch sechs schnellste, acht Konsonanten hintereinander vermieden. Im Franzischen sieht man viele solche Fälle, wo Konsonanten ausgesprochen werden oder nicht, je nachdem, ob danach ein Vokal kommt oder nicht. Man nennt das Phänomen Liaison. Hier sind meine Phrases nach Trilingua. Hier ein paar Satze in den drei Sprachen. Vola Pic, bin Olli Lienetik. Esperanto, Chuviestas Frenessa. Europics, Yu-Gaga. Valido elogo, vedi Lienetik ed essa go, obi quito pao pedi tilonli. Zuerst sah ich das Wort Lienetik und fragte mich, wo kommt das her? Keine Remarkis. Lunatic. Und ich kam drauf. Lunatic. Moni. Mondbewohner. Warum hat er nicht einfach Lunatic gelassen? Vola Pic, Chilis e visitons moti on sich in Malena Nörp. Esperanto, la infanoi visite si lian patrinon en la Malsanulejo, oder heutzutage auch hospitalo. Europics. La kid is visito su mama na hospital. Europics haba sufixo pro place pro um. So mi canal no mi se la haus pro maladis maladum. Europics hat ein sufixo plaz für, das ist um, also könnte ich die Einrichtung für kranke Menschen ein Maladum nennen. Und ich kann es nicht in Malsanulejo. Ich kann es nicht in Malsanulejo. Aber in Malsanulejo so viele Menschen verstehen. Maladum? Hm, vermutlich ziemlich wenig. Aber in Malsanulejo so viele Europics haben mit den Worten, die Vola Puck und Esperanto haben ein paar Worten. In Vola Puck, wir sagen Sark für die Scherke. In Esperanto, Scherke. Und wenn sie von Franzischen Sarkoien kennen, nicht viele Franzosen verstehen sie. In Malsanulejo so viele Box. Fazila pro espere multi personoi. Manchmal aber macht Europics das zusammengesetztes Wort, wo Vola Puck und Esperanto einzelne Wörter haben. Sark heißt auf Vola Puck Sark, leicht für Deutsche. Esperanto Cerco, auch wenn es von Franziano Cercoi kommt, werden es nicht viele Franzis verstehen. Auf Europics heißt es Motibox. Leicht für hoffentlich viele. Vola Puck. O Dello, O Golob bin da nüda schul, e bin obfredig, wie Löffel Schittideli. Esperanto. Mi iras en la danzlerneion, kai mi estas felicia, char mi amas la instruistinon. Europics. Mi go tu la danzu skoll e mi happy, cosi mi ama la professa. Ja, hopli la danzu professa oso ama mi. Ja. Hoffentlich liebe mich auch die Tanzlehrerin. Voila Puck la so mon, ve dis medikune Oka se lingle na Puck. Ego, if souvo bin onste bo memosewix. Assem, el love efforts, kranon tonen nechein novico, pelil stötena Pucana, ap lichinon de el over the forest. Tenno se con, co words, me dota la fic, verda sto cu romenic valemic, me da dilose, fransen apico latinic, e diotan apic. Die Hauptbezugsquelle für Voila Puck Wörter ist Englisch, auch wenn oft kaum zu erkennen. Zum Beispiel ist love efforts nix unanständiges, sondern heißt einfach über den Walde, von Englisch over the forests. Dann kommen mit halb so vielen Wörten allgemein romanico, fast immer franciano latinisch und deutsch. Del resto mal multas. Vom Rest gibt es wenig. Sommement la source is no saber. Bei manchen Wörten ist die Quelle unkennt. Esperanto wiederum ist viel romanischer, die Wörter basieren vor allem auf franciano latinisch, englisch und deutsche Wörter seien auch vorhanden, das halte sich aber in Grenzen und von den anderen Sprachen gibt es nur Spuren. Europix halte ziemlich die Waage zwischen romanischen und germanischen Wörten. Die drei Sprachen, die die meiste Ähnlichkeit mit Europix haben, seien praktisch im selben Umfang, englisch, espanian und franciano. Die meiste germanische Wörter seien entweder allgemein germanisch oder englisch. Fast jedes Wort, das aufgenommen wird, braucht Koalitionen in mehreren Sprachen, um die Wahlen zu gewinnen. Es gibt auch mehr spezifisch Slavsky Wörter als im Volapico Esperanto, besonders viele seien die aber auch nicht. Theoretisch hat die Slavsky Familie das gleiche Gewicht wie die Romanik und die germanische Familie. Aber sie hat drei Probleme, die ihr Gewicht reduzieren. Eins, die kyrillische Schrift bei der Halfte der Sprachen, die teilweise ungewöhnlichen Konsonantenkombinationen, die andere Europis kaum aussprechen können. Die Kleinstaaterei. Natürlich, von Russland abgesehen, neun eher kleine Slavsky-Sprachen kann sich seltener einigen als fünf eher große Romanikosprachen. Bei manchen Sonderfällen aber nehme ich mir dort die Freiheit nicht nach der Mathematik zu handeln, weil manche Wörter zum Kolorit der Sprache breit tragen. Zum Beispiel kommt das Wort für Erdnuss aus dem Serbo-Klowatski. Es heißt Kikiriki. Das Wort für besoffen ist Hulemasa. Google habe es mir so aus dem Suomian finnischen übersetzt und ich fand es sehr gut. Später sagt mir ein Suomo, dass es eher verrückt bedeutet. Ich habe es trotzdem so gelassen. Ich fühle mich so Hulemasa. Ah. Mähbar, lieber Momoch? Bola puke tonon enables MAXIARENA PÜK. Esperand es megodvi blank zu, binuit l'. Italienna Puke lietu, Wieana pike, e del'Euro pix tonon la 98 planensua Quare pü pensando unpleasant ein bisschen wie Ungarisch, Esperanto wie eine Mischung aus Italien und Lituvian und Europisch vielleicht wie Katalanian. Weil der Aviadillo startet und der Rest in der Aero, zwei Fahrer ist das Necessai ca. 1910. Favorit Wind und Aviadillo mit viel Potenzial, damit der Flieger in die Luft käme und da bleiben kann, wären damals um 1900 zwei Sachen notwendig gewesen. Günstige Winde ohne Flugzeug mit genügend PS. Laventos war es favorale, mas Esperanto hat drei considerale defectos, die taco multi caupo du flyer. Die Winde waren günstig, aber Esperanto habe drei betrachtliche Fehler, die dem Flugzeug einiges an PS wegnehmen haben. Weil du plöpösisch auf Bebinos in Esperanto schaffst. Vielleicht haben wir es geschafft, es war aber in Schatten von Esperanto. Eine Sprache wie Europix haben wahrscheinlich noch bessere Chancen bei günstigen Winden. Aber nur sind die Winde gar nicht günstig. Europix ist auch keine Konkurrenz zu Esperanto. Esperanto hat viele Tausende und Millionen Sprecher, je nachdem, ab welcher Sprachkompetenz man die Menschen als Sprecher von der Sprache definiert. Reichlich Literatur, man hat sogar ein Netzwerk von vielen Esperantisten in der ganzen Welt, bei denen man als Gast bleiben kann. Und trotzdem seien die Chancen wenigstens momentan sehr gering, dass es ein richtiges Lingua Franca der Welt wird. Also wie soll es da Europix auf so ein Niveau kommen, wo der einzige Mensch, der die Sprache spricht, ich bin. Und das nicht einmal so fließend, da man dazu Sprechspartner braucht. Also kann ich es nur zum Spaß machen. Und es mache Spaß. Dabei lernt man noch einiges. Zum Beispiel, dass Hut auf Estiano es nicht Mütz heißt. Oder dass Nutte auf Lietuviano Kekse heißt. Also Kekse, aber... Und am Ende ein Gedicht von Morgenstern auf Wollapük. Und hast du schon raten, was das sein kann? Ja, das ist der ästhetische Wiesel. Man soll aber wissen, dass in Wollapük der letzte Vokal betonet ist, wie in Franzian. Philosophisch gesehen stimme die Übersetzung schon mit dem Original überein, aber ich muss es einiges ändern, um ein Reihen da reinzukriegen. Der Wiesel wurde dicke Wiesel, der Stein ein geduldiger Stein und am Ende mussten sogar kastriert Eulenkükis herhalten. Edenven Esperanto. Und dann kommt Esperanto. Ist Syllabe für Lettik bin non pacazetöl. In dieser Sprache ist der vorletzte Vokal betonet. Der ästhetische Wiesel ist der vorletzte Vokal betonet. Wiesel ist der vorletzte Vokal betonet, nur mit dem Fusel. Hier ist der Vokal betonet, wenn es aber Diphton gäbe, zum Beispiel O oder I, dann ist dieser betonet. Der ästhetische Wiesel ist der vorletzte Vokal betonet, nur mit dem Fusel ist der vorletzte Vokal betonet. Und jetzt kommt Lüpo und Lula Kritik. Und jetzt kommen wir zu dem Gedicht »Die große Lula«. Das war die schwerste von allen Übersetzungen, da es sehr schwer ist, an Wörbücke für diese Sprache zu kommen, ganz zu zweigen von der schrecklichen Grammatik. Mir hat traduit DATU und UNITELINGUA amix de Volapük, Esperanto, Europix, Interlingua, Sol, Resol, Lodzban, Klingonian, Suaraf. Ich habe es in eine Einheitssprache übersetzt. Ein Mix aus Volapük, Esperanto, Europix, Interlingua, Sol, Resol, Lodzban, Klingonian und Suaraf. Eine Hellsprache, die auf der Basis von Suromian, finnisch, Arabian und Afrikaansprachen kreiert wurde, um die Kommunikation zwischen diesen Völken zu erleichtern. Schachischu, Bunga Bunga! Sto Pekka numat Belanet, Schuntu Tanto Bou, Kiku Kaski, Kadekanet, Zouzot, Schukontou, Daudidou, 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 Daudidou! Kade lese die Buc, die Bienen und das Unsichtbare von Clemens Zetz, der die Geschichte der Erfindies vor Hellsprachen erzählt, vor allem in ihrem dichterischen Aspekt. Ex cita, Spanli. Kamoni und Ossou lerne, dat in Volapük, mudel is monday, tudel is tisday, vedel is wednesday, deudel is dorsday. Da lerne man auch, dat in Volapük, mudel montag is, tudel dienstag, vedel is mittwoch, donastag døddel. Heute is døddel.